vier jahre sind vergangen seit michael meyers spurlos verschwunden ist hallo ich habe ihn ganz sicher gesehen er beobachtet mich du gibst vor du hättest das verarbeitet aber du bist total besessen vom tod was werden sie tun wenn michael sie wieder jagt denn er wird kommen aber dieses mal fühlt es sich anders an er ist gefährlicher er hat meine tochter getötet aber heute nacht töte ich ihn komm und hol mich vielleicht stirbt er nur dann wenn ich auch sterbe das alles endet jetzt du bist gekommen um mich zu töten also tu es du bist du 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 du